Ist der noch auch jetzt offen? Können wir das nochmal machen? Ich seh scheiße aus. Hi, willkommen zu einem neuen Mädchen auf meinem Kanal. Heute mit der lieben Johanna! Oh mein Gott! Heute gibt es für mich die Blindschminken-Talent auf meinem Kanal. Auf ihrem Kanal gibt es die nämlich schon. Da habe ich sie blind geschminkt und es ist ziemlich glücklich geworden. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, guckt mal unten in die Infobox oder am Ende des Videos verlinke ich sie auch. Oder hier oben in dem i. Ja sozusagen, wir fangen an, oder? Also sie schminkt mich jetzt mit meinen Produkten, die ich noch nicht mal ausgepackt habe. Blind. Können wir starten. Okay, wir fahren an. Ready to party! Hast du einen Wund und was zu anfangen möchtest? Ähm... Ich habe gar keinen... Warte mal, ich habe doch auch gar nicht vergessen, wie ein Gesicht aussieht. Hier. So, als erstes starten wir mit diesem schönen Concealer von Fit Me. Maybelline, ja, Fit Me. Ja? Ich habe das an der Verpackung geführt! Ja. What? Warte, dein Handy weiter weg. Gib mir mal noch mal diesen... Nein, warte, ich trage jetzt auf. Ja, was musst du denn haben? Ich trage jetzt auf! Okay! Oh ne, dann fühlst du ja wieder gleich so matschig an. Mmh! Ich fand das Auge. Lecker! Stimmt. Mmh! Lass mich! Gut, ahne. Du bist weggegangen? Ja, ich war ja kurz weg wegen Sprühen. Ist das so kalt? Ist geil! Ist da was drauf? Jetzt, ja, aber ich kann doch mal... Warte mal, ich muss gleich mal machen. Dann über das ganze Gesicht so? Kannst du machen. Bläh, bläh, voll in über den Mund. Okay, fertig. Jetzt hätte ich gerne... Augenbrauen. Also ich hätte auch gerne Augenbrauen. Aber ich meine, dass Augenbrauen stimmt. Heißt du denn, ob das stimmt? Ich glaube, das wird das Lustigste. Augenbrauen? Ja, weil das Augenbrauen kann ich einfach auch so nicht. Okay. Und da war ich zu weit weg. Wo ist der Pullover da schon? Meiner? Mhm. Weißt du aber, wie lange ich da überlegt habe, dass ich mir den Kauf der 30 Euro kostet? Und ich fand das voll fies. Ich bin ein Pullover. Ja, das stimmt. Das ist kaum auch nicht so teuer. So, jetzt machen wir das. Echt? 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 Da. Eyeliner wird gut, weil das kann ich sowieso nicht. Johanna ist der Eyeliner Pro. Oh ja. Echt? Oh wow. Cleopatra. Oh, das ist so weit. Oh Gott. Shit. Das ist so weit. Oh, das habe ich schon angemalt, obwohl ich noch gar nicht meine. Oh my god. So. Ich habe voll die Trockenmüll. Oh. Wow. Rasen? Ich glaube, da ist ein Stück runtergefallen. Ich sehe es nicht. Hm. Hm. Jetzt ist was runtergefallen. Hm. Oh yeah. Okay. Oh yeah. Feil. Hey, das ist aber deine Backe. Ja, das stimmt. Also, in meinem Video, was ich schon vor einer längeren Zeit hochgeladen habe, hat sie mir einfach... Ja. Hier. Ja, aber du willst doch bestimmt Highlighter machen. Ah, ich will Highlighter. Ja, hier, da ist es. Hat sie mir Rouge... Nee, nee, das war Concealer. Einfach auf die Backen geschmiert. So. Ja. So, Highlighter, das muss jetzt gut werden, weil Highlighter liebe ich. Ja, Highlighter ist gut. Den will ich mir, glaube ich, morgen drauf machen. Den hier? Ja. Das ist doch keiner, ne? Das ist eigentlich schon. Ja. Oh Gott, warst du jetzt drauf gepinselt? Was? Weiß ich nicht. Zur Backe wollte ich sein. Da bin ich doch auch. Was ist das für eine? Das ist die... Das ist die... Ist die gebogen, oder? Cadris Rock Coat Shop. Darf ich mir kurz den Pinsel angucken? Nein, darfst du den nach angucken. Ups, das wollte ich nicht. Okay. Das andere war besser. Ja. Da komm ich auch gar nicht so hin. Oh, jetzt hab ich meine Hand angemalt. Lippen. Ist das so ein... Ah! Stift. Mach ja nicht deinen Mund auf. Ich mach dir so doll Lippen, okay? Warte, du kriegst so wunderschöne doll Lippen. Ich muss sie noch ausmalen. Mhm. 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 Glaub ich. Wie fühlst du dich mega gepflegt gerade? Ja, meine Finger auch, würde ich sagen. Okay, das war's. Das war's schon. Das war's schon. Juhu. Darf ich abziehen? Ja. Okay. Hast du dich schon gesehen? Nein. Und? Warte, hey. Ich seh ja nichts ohne Brille. Also das ist auf jeden Fall kein Herz. Mhm. Aber der sieht gut aus. Ja. Ja, ja. Und die Wimpern. Ja. Wow. Hey, ich hab voll viel getroffen. Und die Lippen fast. Also, ich sah viel schlimmer aus. Ja. Okay, ich guck's dir jetzt an. Alter, Pfarrer. Voll gut. Gar nicht so schlimm. Ja. Der ist cool. Die Lippen. Das sieht aus wie... Also... Halloween. Aber der Glow. Der Glow ist perfekt. Bitte. Augenbraun. EINFER! Sie ist einfach nicht zu sehen. Ganz nah, okay. Du siehst richtig bitchig aus so. Du hast voll den geilen Blick drauf. Wie nah bin ich und was ist man alles? Bis... Hier? Sieht man meine Brüste? Willst du, dass man sie sieht? Ich glaub das reicht. Ja. Ich glaub das reicht.